Als Lokalpolitiker ist man ja viel näher dran am echten Leben als die große Politik. Ich meine, schauen Sie sich die Merkel doch mal an. Die hockt in ihrem Bundeskanzleramt, 20 Polizisten und eine Reiterstaffel davor. Die kriegt doch das ganze Jahr gar nichts mit vom normalen Bürger. Gott muss das schön sein.